Maria Adolfsson, Doggerland, Fehltritt. Aus dem Schwedischen von Stefanie Werner. Gelesen von Tanja Geke. Hörbuch Hamburg Verlag, 2018. It is not down in any map. True places never are. Herman Melville, Moby Dick. Kapitel 1 Die Übelkeit wird schlagartig schlimmer, und sie schafft es gerade noch, sich über das Toilettenbecken zu beugen, bevor sie erbricht. Jetzt ist er wach, denkt sie, während sie hilflos ihrem eigenen Schluchzen lauscht, keuchend aufs nächste Würgenwartes und die Augen schließt, um nicht die Reste der gestrigen Nahrung in der Toilette anschauen zu müssen. Sie wartet ab. Aber ihr Magen scheint sich schnell beruhigt zu haben. Kurzfristig erleichtert steht sie auf, dreht den Wasserhahn an und füllt ihre gewölbten Handflächen. Dann spült sie sich den Mund aus und kühlt sich mit dem Wasser das Gesicht, als ihr einfällt, dass die schwarzen Ränder um die Augen nun noch schlimmer aussehen. Doch das ist jetzt auch egal. In dieser Hölle kann es nicht noch heißer werden. Jetzt ist sie fast 50 und hat diesmal wirklich den absoluten Tiefpunkt erreicht. Es fühlt sich an, als sei sie 70. Eine kurze und schmerzlose Flucht ist das einzige... Kapitel 2 Der dunkelrote Teppich fühlt sich weich an, als Karen mit nackten Füßen und schnellen Schritten zum Aufzug eilt und den Knopf drückt. Der Puls hämmert an ihren Schläfen, während sie ihren Zeigefinger als Schuhanzieher benutzt und in ihre Sneakers schlüpft. Sie hat sie gerade angezogen, da erklingt auch schon der Signalton und die Aufzugtüren öffnen sich leise zischend. Sie hat Glück. Die Rezeption scheint nicht besetzt zu sein, als sie mit einem hastigen Blick zur Seite durch das Foyer zum Ausgang flitzt. Ein plötzlicher kalter Schauer läuft ihr über den Rücken, als sie realisiert, dass sie nicht die geringste Erinnerung daran hat, wie sie eigentlich hierher gekommen ist. Haben sie wirklich gemeinsam eingecheckt? Und wessen Idee war das? Erinnerungsfetzen vom vergangenen Abend flimmern vorbei wie kurze Filmsequenzen. Das Treffen am Hafen mit Eirik, Kore und Marike, die... Das Treffen am Hafen mit Eirik, Kore und Marike. Das Treffen am Hafen mit Eirik, Kore und Marike. Das Treffen am Hafen mit Eirik, Kore und Marike.